Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Nordrheinischen Marsch. Wir testen und probieren wieder aus auszusehen. Wir berechnen einen neuen Kurs, und zwar Feld 27 rundherum. Scharf, nein, rund. Vielleicht ist es in roten Ecken besser. Braucht man jedenfalls. Schönerstrikale, Wischgetreide. Mal gucken, wer die Kurve nimmt. Mit rund kommt er besser klar. Pflügen ist fertig. Den kluszt Outline wieder voll. Was geflackert. Ja, das passt schon so. Hierbei kann ich die Ecken nacharbeiten, bevor ich davon eingreifen muss. Gut. Fahren wir mal den Flug runter. Da war ein Aufstoß. So. 13 muss geflügt werden. Weiß ich jetzt schon genau. Das heißt, ich werde ihn gar nicht erst groß weg können. Vielleicht können wir hier einen anderen Flughafen sehen. Und dann entscheidet man bei des. Einmal ein klarer Dingle. Dann fangen wir in den Lager ein. Wo er steht. Das ist witzig. Blocking. Dünger, Dünger, Dünger. Ist aufwärtig, oder? Die Kale ist. Die Aussaat. Ich fahre gerade. LKW. Denkel steht. Okay. Dann kann ich fast bis zur Auskante fahren. Passt. Dann geht's zum Lager. Sobald das hier steht. Dann können wir schauen, ob wir Stroh gleich verkaufen können. Was machen die Kühe? 99%. Mischfutter werden wir herstellen können. Müssen dürfen. Müssen dürfen. Tier in. 3 Stunden. 28. Holschenko. 42. Wischration. Na ja. Zauberkleid. Stroh. Wasser ist noch genug da. 1.000. 1.000. Ist voll. Dann sind wir gleich. Weg bringen. Zum Lager. Die Aussaat läuft. Der Rest ist fertig. So eine Mischfutterfabrik kostet ein kleines Erdöl. Also ich könnte ja theoretisch die Gras rechts bieten. Ja. Traktorfeier hätte. Der Traktor haben wir jetzt. Das sieht aus. Nein. So. Die Uhrzeit. Das ist 3. Wenn wir die Folge fertig haben, sind wir kurz getreten. das ist was. Die Uhrzeit. Das ist nicht in meinem Ansatz. Das ist der Präsident. Der ist ja. Das ist ja. Die Uhrzeit. Das ist ja. Die Uhrzeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Was wollte ich jetzt machen? Oh, Gras mähen. Gras mähen und schwatten. Ja, jetzt ist... Ich muss doch entladen werden. Ich muss doch entladen werden. Ich habe das nicht. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Wie gesagt, ich wollte mähen. Das Gewicht werde ich mal weglegen. Dann kann ich das mähen und schwacken. Dann kann ich Gras geben für die Kühe. Aber die schreit schon. Wieso schreit ihr so? Ob so der ist nicht so leicht. Der könnte so leicht sein. Ich muss den Kurs löschen. Mit Alpen. Die brauchen wir nicht. So. Andere Richtung. Passt. Schauen wir mal das Gras hier vorne an. Die Rechtsseite muss auch gemäht werden. Vorne hinten aufmachen. Vorne. Senken. Schauen wir mal an. Schauen wir mal an. Schauen wir mal an. Schauen wir mal an. So. Und. naja gut mit dem schwarzer sparen können mit dem schwarzer sparen eigentlich nicht viel gras aber man freut sich das Gras wurde nicht gedüngt ich hatte es ja auch nicht vorkommen aber jetzt kann ich nur noch nicht rauchen und laden wir schnell sehen schnell sehen viel Gras kommt hier nicht mehr raus Kühe freuen sich mit dem Schwarzer runter auch runter nicht Das ist okay, das ist gut. Ja, das ist ein weiterer Weg. Cool. richtig stress und zeit was brauchen wir hier wo es der kurs das soll es für die heutige folge sein ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich freuen über ein like oder ein abo ich sage schon mal danke besonders freuen würde mich wenn wir uns wiedersehen dann sage ich mir jetzt tschüss bis dann tschau